Die ING Group hat ihre Quartalszahlen vorgestellt und die können sich wirklich sehen lassen. Die Analysten sind begeistert. Wir schauen uns hier einige Details an. Gehen wir direkt in Medias Rees und schauen uns das Ergebnis vor. Kreditrisikokosten an, das hat sich wirklich sehr gut entwickelt. Im ersten Quartal noch gut 2,3 Milliarden Euro, jetzt 3 Milliarden Euro. Das ist eine Steigerung von 25 bis 30 Prozent. Und das ist wirklich sehr dynamisch und worauf das zurückzuführen ist, darauf gehen wir jetzt ein. Und es mag uns nicht überraschen, der wesentliche Treiber sind hier die gestiegenen Zinsen. Die haben nicht dazu geführt, dass das Nettozinseinkommen von 3,3 Milliarden Euro bereinigt und Sondereffekte im ersten Quartal 2022 auf ungefähr 4 Milliarden gestiegen sind. Also genau das sind ungefähr die 700 Millionen Euro, die wir oben gesehen haben. Und das ist getrieben im Wesentlichen aus dem Einlagengeschäft. Das ist nämlich so, wenn man eine Sichteinlage hat, also zum Beispiel auf dem Girokonto, dafür bekommt man ja keine Zinsen. Das Geld kann die Bank aber anlegen. Da gibt es gewisse Treasury-Modelle. Da hat man in der Vergangenheit noch Negativzinsen bei der EZB für zahlen müssen, wenn man die da abgegeben hat. Mittlerweile kann man die im Interbankenverkehr verleihen, kriegt dann 2, 2,5 Prozent Zinsen drauf. Und das ist natürlich der Treiber. Bei den Hypothekenkrediten sieht man das weniger, weil da muss man ja teilweise refinanzieren. Deswegen da ein leiser Rückgang, leichter Rückgang der Zinsmarge auf ungefähr 130 Basispunkte. Aber im Schnitt, man hat ungefähr genauso viele Einlagen wie Kredite, ist die Nettozinsmarge, das sieht man jetzt in der letzten Kurve, doch signifikant gestiegen. Von 137 Basispunkten auf 159 Basispunkten. Und meine Erwartung wäre, wir sehen jetzt vielleicht noch den einen oder anderen Zinsschritt bei der EZB, dass gerade die Einlagenzinsmarge weiter steigen wird. Werfen wir auch noch einen kleinen Blick auf die Gebühreneinnahmen. Und da sehen wir, es hat sich fast nichts getan, ja um die 900 Millionen Euro pro Quartal. Da ist es auch weiterhin, ja schwankt so plus minus 2 Prozent. Das ist ein sehr stabiles Geschäft, aber momentan auch nicht der Ergebnistreiber. Wie ist die Entwicklung jetzt der Kernkapitalquote? Und die ist weiter gewachsen von 14,5 auf 14,8 Prozent. Aber eigentlich will ja die ING die Kernkapitalquote ein bisschen abschmelzen auf 12,5 Prozent. Das heißt, die sagen, wir haben eigentlich zu viel Eigenkapital, wollen was zurückgeben. Und dementsprechend haben sie jetzt auch ein Rückkaufprogramm erneut beschlossen von 1,5 Milliarden Euro. Bei einer Marktkapitalisierung aktuell von 42 Milliarden Euro würde man also knapp 4 Prozent, 3,5 Prozent der Aktien zurückkaufen. Und das hilft uns natürlich in den nächsten Jahren, weil dann der Nettogewinn je Aktie steigen wird. Und man will ja 50 Prozent des Nettogewinns je Aktie ausschütten. Also dürfte das hoffentlich auch perspektivisch zu steigenden Dividenden führen. Auch die Analysten sind begeistert. Man sieht hier eigentlich alles Kaufempfehlungen außer RBC Capital. Die meisten haben auch nochmal das Kursziel angepasst, so auf 16, 17 Euro im Schnitt. Auch RBC Capital hat erhöht von 15 Euro auf 15,50 Euro. Bei einem aktuellen Kurs von 12 Euro heißt das sogar bei RBC Capital noch ein Kurspotenzial von ca. 20 bis 25 Prozent. Wenn das mit so viel Kurspotenzial nur in Sektor performen ist, erschließt sich mir nicht direkt. Aber gut sei es drum. Wenn die 20 bis 25 Prozent kämen, wäre ich sehr zufrieden. Werfen wir noch ganz zum Schluss einen Blick auf die aktuellen Analystenschätzungen auf der Zahlenseite. Da soll die Dividende jetzt steigen auf 91 Cent im Jahr 2023. Die erste Dividende waren ja nur 39 Cent. Also die 91 Cent sehe ich aktuell ehrlich gesagt nicht. Wenn sie denn kämen, wäre das super. ING ist ja die größte Position, die ich letztes Jahr aufgebaut habe. Über 2 Prozent mittlerweile meines Portfolios. Bei einem Einstandswert von 9,10 Euro wären das 10 Prozent Dividendenrendite. Wenn die denn in 2024 käme, wäre ich sehr zufrieden. Ja, und dann soll sie sogar noch weiter steigen bis auf 1,44 Euro. Das wäre dann 14 Prozent Dividendenrendite auf meinen Einstandskurs. Wenn das wirklich käme, wäre natürlich herausragend gut. Aber das müssen wir jetzt abwarten. Ich bin da etwas vorsichtiger. Ich sehe eher diese 80, 90 Cent vielleicht einen Euro in den nächsten Jahren. Ja, unterm Strich sicherlich ING. Eins der besten Investments von Steffen und mir im letzten Jahr. Also eines der besten Neuinvestments, muss man genau genommen sagen. Hat sich wirklich sehr gut entwickelt. Kurs auch so 30 Prozent im Plus. Wenn die Dividenden jetzt in den nächsten Jahren so kommen, wie von den Analysten prognostiziert, auch von der Dividendenrendite Seite natürlich ein Volltreffer. Aber das muss ich jetzt erst nochmal zeigen. Ich hoffe, ihr habt damals auch eure Analyse gemacht zu ING. Auf Basis unseres Videos seid zum selben Ergebnis gekommen. und konntet auch von der schönen Kursentwicklung profitieren. Ja, das ist so viel von unserer Seite zu den Q1-Ergebnissen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, gerne nochmal einen Daumen nach oben und gerne auch eine Subscription da lassen, wenn ihr noch nicht Abonnent unseres Kanals seid. Das hilft uns natürlich sehr. In dem Sinne, euch allen eine erfolgreiche Börsen.